Hi Leute, ich teste mal jetzt was schönes und zwar bin ich jetzt gerade dabei meine alte Mini Billig Action Cam mit 720p Auflösung zu testen. Ich habe die gerade auch so Ding draufgeklebt und das am Selfie Stick montiert und ich bin mal neugierig wie die Video und die Soundqualität rauskommen. Ja, ich werde mir auf jeden Fall noch für Thailand Urlaub den billiger Action Cam kaufen. Vielleicht noch den Dash Cam dazu, so der billige. Und dieser Mini Cam ist halt so ein Backup, das ich jetzt gerade testen möchte. Ja, ich könnte die verlieren oder wird mir halt geklaut oder was weiß ich, oder geht kaputt, dann habe ich die dann auch noch. Und deswegen teste ich die jetzt ein bisschen so auf Herz und Nieren und Leber. So sieht das Ganze hier aus. Wir schaffen das. Danke. Danke. Vielen Dank.